In vielen Bundesländern beginnt bald die Schule wieder und ich möchte dieses Video einfach nur mit einem Satz dir den mitgeben, weil ich daran denke, wie sich viele Teams neu finden und ich habe gerade darüber nachgedacht, wie es mir ging. Ich habe an sieben Schulen neu angefangen und ich fand das immer eine ganz, ganz haarige Zeit, wenn ich mich so gar nicht ausgekannt habe und nicht mal wusste, welche Fragen ich stellen kann, um rauszufinden, welche Antworten ich noch nicht habe. Und auch als Schulleiterin fand ich das eine anspruchsvolle Zeit, weil du ja nicht einem Menschen Überorientierung geben willst, Übersicherheit geben willst und jeder da ein anderes Bedürfnis hat. Der eine will sich erstmal orientieren, der andere braucht relativ viel Sicherheit, um anzukommen. Und der Satz ist, ist es sicher genug, dass ich unsicher sein kann? Ist es für mich sicher genug, unsicher zu sein? Und ich habe das aus meiner Organisationsentwicklerinnenfortbildung mitgebracht, weil wir da ein Modul auch so zum Thema Heilung, zum Thema Trauma gemacht haben und da hing das an der Wand. Ist es sicher genug, unsicher zu sein? Und ich denke oft daran, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher mir eine Frage stellt, sich vielleicht sogar in der Gruppe mit einer Frage hervorhebt, ja, da muss ich ja auch eine Schwelle überschreiten und sagt, ich habe das noch nicht verstanden. Zuallererst wertzuschätzen, dass das Mut kostet, sich zu zeigen mit der Unsicherheit. Und als Erwachsene sind wir ja genauso unsicher. Und vielleicht ist es sogar leichter in einem Kontext, wo du neu bist, vielleicht ist es sogar schwerer, eine Frage zu stellen in einem Kontext, wo du schon lange an der Schule bist. Und trotzdem merkst du bei Themen, du schwimmst, du kennst dich nicht aus, du hast das Gefühl, hier werden implizit Dinge vorausgesetzt, die gar nicht explizit genannt sind. Dann nimm dieses Gefühl ernst und gib dir selber genug Sicherheit, um unsicher zu sein und zu fragen. Ich mache das in letzter Zeit immer öfter, dass ich wirklich Dinge, die irgendwo so implizit mitschwingen, explizit nachfrage. Und da könnt ihr euch Sätze zurechtlegen. Also ich nutze gerne so einen Satz wie, wow, das scheint ja allen klar zu sein, ich möchte trotzdem mal fragen, mir ist es nicht klar. Ja, also dieses, was dich gerade unsicher macht, auch wirklich einfach benennen, dass du denkst, scheinbar ist es hier klar. Und meine Erfahrung ist, dass es meistens doch nicht so klar ist. Ja, und dass dann die Antwort auch oft ist, wenn ich sage, oh, das scheint ja allen klar zu sein, ich möchte trotzdem mal fragen, weil ich bin gerade nicht sicher, ob es mir klar ist. Dass dann die Antwort kommt, gut, dass du fragst, mir war es auch nicht so klar. Und nochmal, der Satz ist, ist es sicher genug, unsicher zu sein? Und ich gebe mir in dem Moment diese Sicherheit. Ja, also ich gebe mir selber die Sicherheit, dass ich jetzt hier fragen kann. Und da helfen Sätze, die mir das, also ich könnte ja auch einfach sagen, mir ist das jetzt nicht klar, erklärt mir das mal nochmal. Aber dieser Satz zu sagen, es scheint ja allen klar zu sein, mir ist es nicht klar, macht mich schon weicher. Also macht mich auch greifbarer in dem, dass ich mir hier Gedanken gemacht habe. Ich haue nicht einfach so eine Frage raus, wie ist das denn jetzt, nehmt mich hier mal mit. Also, sondern ich mache so ein bisschen transparent, was in mir gerade abgeht und diese Unsicherheit, die bei mir ist. Ist es okay, das jetzt zu fragen, wenn es allen klar ist, wenn ich die Einzige bin, die jetzt hier Raum braucht? Dann lädst du die Menschen schon wieder ein, dich anders wahrzunehmen. Du lädst sie ein, deine Unsicherheit zu integrieren. Und du wirfst sie aber nicht so in die Mitte, als würde sie dann dir nicht mehr gehören. Also, kennst du das, dass dir Fragen gestellt werden oder dass Menschen so eine Haltung haben, Fragen zu stellen und so die Erwartung, dass sie jetzt eine Antwort bekommen. Also, dass in dem Moment, wo die Frage geäußert wird, die Verantwortung für die Antwort bei jemand anderem liegt, ohne dass jemand die Verantwortung angenommen hat. Also, oft, wenn ich Seminare gebe oder in meiner Ausbildung, bin ich dann diejenige, ja, natürlich, weil ich die Raumhalterin bin, bin ich dann diejenige, die eine Antwort geben soll. Ich gebe diese Fragen oft in die Gruppe zurück und frage, ich kann was sagen, aber gibt es in der Gruppe jemand, der Lust hat dazu, was zu sagen? Und der spürt in sich so ein Trängen, was dazu zu sagen. Und meistens sagt dann jemand aus der Gruppe was. Und ich muss es vielleicht nur noch ergänzen. Aber es geht auch darum, dass ich, wenn ich unsicher bin und was implizit ist, was ich gerne explizit nochmal erklärt haben möchte, ich gehe jetzt zurück zu meiner, ist es sicher genug, unsicher zu sein? Dann übernehme ich Verantwortung für meine Frage und erwarte nicht, dass das Gegenüber jetzt sofort Raum für eine Antwort gibt oder hat. Da könnte ich ja auch sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt passend ist, aber mir wäre wichtig, dass wir noch einen Moment heute finden, wo ihr mir erklärt, wie ich zu meinem Schlüssel komme, zum Beispiel, wenn du jetzt neu bist, wo ihr mir erklärt, wie eure Teamstruktur ist. Ihr habt jetzt davon erzählt, Großteam, Kleinteam, Gesamteam, mir sind die Begriffe noch nicht klar. Ich würde mir wünschen, dass sich da jemand die Zeit nimmt, mir die Begriffe zu erklären. Ja, also sowas. Und in dem Moment sensibilisierst du die Gruppe dafür, oh Moment, wahrscheinlich ist Sandra gerade nicht die Einzige, der die Begriffe nicht klar sind, weil wir haben sie ja gar nicht erläutert. Wir benutzen die so implizit. Wir benutzen die einfach und machen nicht explizit, was gemeint ist. So, jetzt beende ich das Video auch. Es ist jetzt doch ein bisschen länger geworden, als ich wollte, aber es sind einfach noch ein paar Beispiele hier zu hoch getroppt, als ich angefangen habe. Und ich möchte den Satz nochmal sagen, ist es sicher genug, unsicher zu sein? Und der Anker im Raum der Standfestigkeit bist du. Du gibst dir selbst die Sicherheit, legst dir Formulierungen zurecht und probierst die dann aus. Und guckst, wie die Menschen reagieren und freust dich, wenn deine Fragen vielleicht sogar nicht nur dir was bringen, sondern auch der ganzen Gemeinschaft. Weil wahrscheinlich warst du nicht die Einzige, der es nicht da war. Deine Sandra. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank.